Hallo Leute, in diesem Video würde es darum gehen, dass wir die Mount-Optionen etwas ändern für ältere Nass-Geräte oder Nass-Geräte, die nicht unbedingt mit dem SMB2 oder SMB3-Standard arbeiten können. Und zwar geht es dabei darum, dass ich Anfragen hatte, weil sich die Laufwerke nicht mounten ließen und ich dann im Endeffekt probiert habe, was es sein könnte. Ganz aktuell jetzt auch mit einer Fritzbox, das habe ich in zwei Tagen probieren nicht hinbekommen, habe es aber jetzt dann hinbekommen. Und zwar ändern sich die Mount-Optionen dafür auf einen neuen Zusatz in dieser Zeile für die F-Stab. Und zwar wird hier ein Vers 1.0 hinzugefügt, was dann den SMB-Standard für den Mount auf die SMB-Version 1 runtersetzt. Damit habe ich Verbindung zum Drucker bekommen und konnte auch ganz normal drucken, ohne Probleme. Das Ganze ist aber auch teilweise mit Synology-Nass und anderen älteren Nass-Systemen in Einklang zu bringen. Das heißt, es ist im Prinzip das gleiche Problem, weil die auch nur den SMB1-Standard zur Verfügung stellen. Wer natürlich ein normal laufendes SMB2- oder SMB3-System hat, braucht dieses nicht, weil es ist dann überflüssig im Endeffekt. Ja, und bei der Fritzbox sieht das dann ganz einfach so aus, dass wir halt, wenn wir den USB-Speicher aktiviert haben und auch das Nass aktiviert haben, also den Zugriff über SMB, dann müssen wir hier unten noch die Unterstützung für SMB-V1 aktivieren. Ist das geschehen, dann funktioniert das Ganze ohne Probleme. Das habe ich jetzt auch in den letzten zwei Tagen testen können. Das hat gar keine Probleme gemacht. Ja, wie gesagt, das Ganze dann halt auch für ältere Nass-Systeme, da ist es dann auch relevant, wer halt dann mit den normalen Mount-Optionen Probleme hat, sollte das mal ausprobieren. Aber danach sollte das Ganze dann ohne Probleme funktionieren und auch mountbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind meistens andere Sachen problematisch. Das heißt, jemand hat irgendwie die Ordnerstruktur verkehrt angegeben, hat Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet oder sonst irgendwas. Aber es gibt halt im Endeffekt nur SMB-V2 und SMB-V3 oder SMB-V1. Und SMB-V2 ist, glaube ich, bei dem oberen Standard. SMB-V3 müsste man auch manuell aktivieren, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber auf die 1 muss man definitiv verweisen, um es manuell runterzusetzen. Was ich natürlich in gewissen Fällen nicht empfehlen würde, weil der Einsatzstandard ist von den Sicherheitsstandards her deutlich niedriger. Also meine Passwort und Benutzername würden unverschlüsselt übertragen, um sich am System einzuloggen. Das schon mal vorneweg. Aber ich will das Ganze jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen. Fritzbox-Einrichtung vom Nass zeige ich jetzt auch nicht. Das kann jeder selber für sich rausfinden. Da gibt es sogar Videos zu OnMass. Das werde ich auch nicht zeigen. Und ansonsten ist es das dann halt auch gewesen. Zur Erweiterung, den Rest blende ich in den Infokarten ein. Dann könnt ihr das raussuchen, was ihr braucht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.